Hallo meine Creepy-Fans, ich bin's, euer Reyn, der Creepy-Fan. Ich mache heute eine Konview von der Shizuru. Ich bin schon rumgelaufen auf meinem Combat. Und ja, abonniert mich, falls ihr es noch nicht habt. Ihr werdet auch ein Creepy-Fan. Und lasst diesen Video doch nicht mit einem Daumen nach Hause. Und schaut bei den anderen irgendwie zu weit. Und ich sage jetzt mal, hau nicht raus, bis der Ende. Ich glaube, das machen wir. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Outro 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 Outro